Hallo, herzlich willkommen zum Einführungsvideo zum Thema Blut und Hormone. In diesem Video geht es darum, wie strukturiere ich mir diese beiden Themen, um einen guten Überblick zu kriegen. Und wir schauen uns auch beispielhaft so ein paar Unterthemen an, wie wir da die ganzen Krankheiten sortieren können. Ja, fangen wir gleich mal an. Übersicht zum Thema Blut. Wie können wir uns das ganze Thema unterteilen? Zu Beginn müssen wir natürlich immer uns angucken, die Anatomie und die Physiologie. Dass wir die Grundlagen haben, um dann später die Krankheiten besser verstehen zu können. Das heißt, da schauen wir uns drei Themen an. Die Milz, dann das Blut selbst mit seinem Aufbau, den Bestandteilen und den Funktionen und die Blutgerinnung. Wenn wir das verstanden haben, haben wir die Grundlagen für die Pathologie. In der Pathologie unterteilen wir, würde ich vorschlagen, du kannst das natürlich so strukturieren, wie du willst, aber wir können unterteilen in die Milz, auch hier wieder die Erkrankungen, die dazugehören und dann in die Blutbestandteile. Das heißt, Erythrozyten, Leukozyten und Thrombozyten, da gibt es jeweils Erkrankungen. Dann gibt es Erkrankungen, die mehrere betreffen, also die Blutgerinnung und die Blutzellvermehrung. Damit haben wir sechs Themen, in die wir uns die Pathologie einteilen können. Und wir schauen uns dann auch beispielhaft genau diese Pathologie vom Blut an, wie wir das noch genauer strukturieren können. Zum Blutbild würde ich mir nochmal angucken, das kleine und große Blutbild und die Entzündungsparameter. Das sind alle Themen, die ich zum Thema Blut lernen würde. Und jetzt schauen wir uns nochmal genau im Detail die Pathologie vom Blut an. Also, was gehört alles zu den Erkrankungen der Erythrozyten? Da haben wir einerseits die Hämolyse, also das Auflösen, dann den Morbus Hämolyticus Neonatorum, also nach der Geburt. Dann die Hämochromatose, Eisenspeicherkrankheit und die Anämien. Die Anämien werden ja unterteilt in Mikro, Normo und Makrozyter und Mikro und Normo und Makrochrom. So, das sind die Anämien und dann schauen wir uns die Erkrankungen der Thrombozyten an. Da gibt es einerseits als Besondere die Immun-Thrombozytopenie und dann gibt es die Thrombophilie, die Thrombozytose und die Thrombozytopenie. Damit haben wir die Erkrankungen der Thrombozyten und der Erythrozyten, also brauchen wir jetzt noch die Erkrankungen der Leukozyten. Da haben wir einerseits die Agranulozytose, den Morbus Hodgkin und das Plasmozytom. Außerdem natürlich die Leukämien. Die Leukämien werden auch wieder unterteilt in akut und chronisch, lymphatisch und myeloisch. Das heißt, ALL ist dann die akute lymphatische Leukämie, AML akute myeloische Leukämie und das gleiche dann mit chronisch. Chronisch lymphatische Leukämie und chronisch myeloische Leukämie. Die Untertypen müssen wir natürlich unterscheiden können. Damit haben wir die Leukozyten. Dann schauen wir uns noch an, wie die Milz erkranken kann. Die Milz kann natürlich einerseits haben wir die Splenomegalie bzw. den Hypersplenismus und wir haben die Milzruptur. Das heißt, einseitige oder zweizeitige Milzruptur. Außerdem haben wir gesagt, wir schauen uns noch die Blutgerinnung und die Blutzellvermehrung an bei der Pathologie. Bei der Blutgerinnungsstörung haben wir erstmal die hämoragischen Diathesen sowie das Willebrands-Jürgens-Syndrom. Außerdem die Verbrauchskoagulopathie und die Hämophilie, also die Bluterkrankheit. Diese vier sollten wir zur Blutgerinnungsstörung im Blick haben und zur Blutzellvermehrung sind es eigentlich nur zwei. Und zwar die Polyglobulie und die Polycythemia vera. Damit haben wir die Pathologie vom Blut als Beispiel, wie können wir uns so ein Thema genauer strukturieren. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was alles zu den Hormonen zählt. Wie können wir uns das ganze Thema strukturieren? Ich mag es am liebsten so unterteilen in die Primären, also die Zentralen. Das heißt Hypophyse mit dem Vorderlappen und dem Hinterlappen und dem Hypothalamus und Zirbeldrüse, Epiphyse. Die sind jetzt zum Lernen nicht so relevant, aber nur, dass wir es vom Überblick her mit dabei haben. Das sind die zentralen Hormone und dann haben wir die Periferen Hormone. Periferen haben wir vor allem die Schilddrüse ganz wichtig mit den Nebenschilddrüsen. Und dann haben wir noch die Keimdrüsen und die Nebenniere, die natürlich wieder unterteilt wird in Nebennierenrinde und Nebennierenmark. Damit haben wir einen Überblick von der Seite der Drüsen und dazugehörig gibt es dann natürlich die jeweiligen Hormone. Ja, schauen wir uns vielleicht auch beim Thema Hormone an, wie wir uns das zum Beispiel genauer strukturieren können. Also jetzt zum Beispiel beim Hypophysen Vorderlappen, wie könnte da die Pathologie aussehen? Das können wir uns eigentlich unterteilen in Überfunktion und Unterfunktion des HVL. Also bei der Überfunktion ist dann das STH gesteigert, das ACTH gesteigert. Das führt zum Morbus Cushing, zum Feochromozytom. Dann haben wir das AGS, das Adrogenitale Syndrom und TSH ist gesteigert, was wieder zu Hyperparathyroidismus führen kann und zur Hyperthyreose. Außerdem zum Basedorf, also durch gesteigertes TSH kann es zum Morbus Basedorf kommen. Ja, der Hypophysen Vorderlappen kann aber auch eine Unterfunktion aufweisen. Da haben wir natürlich auch wieder die gleichen Hormone betroffen, aber diesmal ist eben ein Mangel da bei STH, ACTH. Deswegen haben wir da dann die Hypothyreose und den Kretinismus, Hashimoto und das Myxedem. Und wir schauen uns aber jetzt auch noch die peripheren Hormone an. Da ist die Schilddrüse wichtig, also Schilddrüse kann, gibt es die Thyroiditis mit Hashimoto, die Hypothyreose mit dem Myxedem und die Hyperthyreose und der Morbus Basedorf. Außerdem die Nebenschilddrüse kann ja auch erkrankt sein, da haben wir eben Hypo- oder Hyperparathyreoidose. Also so lange Wörter kann man immer auch sich unterteilen, also Hyper und Hypo wissen wir, gesteigert oder vermindert. Para ist neben und Thyreo ist die, die Thyrea ist die Schilddrüse und die Idose ist natürlich die Erkrankung dann. Dann haben wir natürlich die Nebenniere. Die Nebenniere haben wir ja unterteilt in Rinde, da haben wir eben Cortisol und Aldosteron. Und dementsprechend haben wir dann Morbus Conn, Morbus Cushing und Morbus Edison, die mit diesen Hormonen zusammenhängen. Bei Erkrankungen der Nebennierenrinde und beim Nebennierenmark haben wir das Adrenalin, Noradrenalin, das ist vor allem das Feochromozytome wichtig zu nennen. Ja, außerdem schauen wir uns an, die Keimdrüsen, das heißt Androgene, Testosteron, Östrogen und Progesteron können gestört sein. Und damit haben wir jetzt schon einiges zur Pathologie von den Hormonen sozusagen ein bisschen sortiert. Schau dir das natürlich selber nochmal an, also wir haben jetzt den hyperphysen Hinterlappen nicht angeguckt. Und wir haben jetzt auch natürlich zu den jeweiligen Krankheitsbildern nicht die wichtigen Symptome gesammelt, die Ursachen und die unterschiedlichen Komplikationen. Das sammelst du dir in deinen Zusammenfassungen nochmal genauer zusammen. Hier nochmal der Fahrplan, der Überblick. Wir sind jetzt beim fünften Thema Bluthormone, das nächste ist dann Harnapparat und Medikamente. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen, alles Gute und vielleicht sehen wir uns im Webinar. Bis dann, alles Gute.